Wir sind mal wieder auf der Linux-Konsole unterwegs und das heißt üblicherweise, dass wir uns irgendein Tool anschauen. Ja, so auch dieses Mal. Und zwar geht es um den Terminal-Multiplexer TMAX. Das ist ein Tool, mit dem man in einem Terminal-Fenster wie dem hier mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen kann. Man kann aber auch noch viele andere Funktionen nutzen, die in einigen Situationen sehr hilfreich sein können. Für Terminal-Multiplexer unter Linux gibt es eigentlich zwei relativ bekannte Systeme. Da gibt es einmal Screen und TMAX, was wir uns heute angucken. TMAX ist dabei etwas neuer, wird aktiver gewartet und braucht auch weniger Ressourcen. Das heißt also in den meisten Fällen ist es eine bessere Wahl. Das einzige, wo ich persönlich noch Screen benutze, ist zum Beispiel, wenn ich serielle Verbindungen zu anderen Geräten aufbauen möchte. Das ist in TMAX leider noch nicht drin. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Wie man TMAX installiert, solltet ihr, denke ich, hinbekommen. Das heißt, also über euren Paketmanager wie Upt oder Pac-Man oder was es auch immer gibt, einfach installieren. Es gibt, glaube ich, keine Distribution, wo TMAX nicht wirklich sinnvoll mit dabei ist, jedenfalls nichts aktuelles. Das Einfachste, was man machen kann, ist sogenannte Sessions benutzen. Man tippt TMAX und drückt Enter. Das war's. Was hat sich jetzt geändert? Wir haben hier unten eine Leiste bekommen mit ein paar Informationen, zum Beispiel, dass wir gerade eine Bash ausführen, der Name vom User, der Name vom System und eine Uhr gibt es auch noch in der Ecke mit Datum. Auch ab und zu ganz praktisch. Das ist jetzt Standardkonfiguration. Diese Leiste unten, die kann man natürlich anpassen, wie man will. Darum geht es aber eigentlich nicht. Denn so ein Terminal-Multiplexer, der kann ein bisschen mehr. In den meisten Fällen benutzt man das nämlich nicht so wie hier. Man geht rein und geht dann irgendwann mit Exit wieder raus und TMAX ist jetzt zu. Sondern man kann zum Beispiel die Sessions weiterlaufen lassen. Machen wir hier nochmal ein TMAX auf und jetzt starten wir hier irgendein Programm. Sagen wir zum Beispiel ein Top. Können wir hier sehen, was denn hier alles gerade läuft. Okay, können wir in der normalen Shell auch. Aber der Trick ist jetzt, wir können uns hier detachen. Was das ist, sehen wir gleich. Um zu detachen, müssen wir aber erstmal lernen, was wir denn für ein Modifier haben. Wir sind jetzt schon wieder ein Modifier. Nun ein Modifier ist eine Tastenkombination, womit wir dieses TMAX bedienen. Bei den meisten Systemen ist standardmäßig STRG-B eingestellt. Ein paar Ausnahmen, die haben das eventuell auf STRG-A umgelegt, weil es zum Beispiel dann für die Nutzer, die von Screen kommen, besser zu bedienen ist. Aber ich werde jetzt hier überall STRG-B sagen. Wenn ihr es umkonfiguriert habt oder eine Diskussion habt, wo es anders ist, entsprechend dann die andere Taste drücken. So, wo waren wir bei detach? Das heißt, wir drücken STRG-B, lassen los und drücken D. Okay, die Meldung hier oben, die ist jetzt schon mal anders. Hier steht jetzt nicht Exited, sondern Detached from Session Zero. Okay, was heißt das denn jetzt? Na ja, gucken wir mal hier in PS3 rein. Und wenn wir mal hier ganz am Ende gucken, dann sehen wir, Moment mal, hier läuft noch ein TMAX-Prozess, wo eine Bash drin ist und da ist auch noch Top. Das ist einer der großen Vorteile, die mir bei TMAX ganz wichtig sind. Man kann hier nämlich Programme starten und dann im Hintergrund weiterlaufen lassen. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man auf entfernten Systemen arbeitet. Gehen wir zum Beispiel davon aus, ich wäre per SSH zu irgendeinem Web-Server in einem Rechenzentrum verbunden und würde da gerade Updates machen. Okay, was aber wenn jetzt meine Verbindung abbricht, weil, was weiß ich, Akku vom Laptop läuft leer oder ich bin gerade im deutschen Mobilfunknetz unterwegs. Na ja, normalerweise würde meine Session dann irgendwann in Timeout laufen und alle Programme, die drinnen laufen, die werden dann beendet. Nicht so mit TMAX. Mit TMAX habe ich nämlich die Möglichkeit, mich dann einfach später wieder zu verbinden und zu sagen, mach mal bei dieser Sitzung weiter. Okay, machen wir das doch mal. Das heißt, wir gehen hier noch mal zurück und verbinden uns wieder zu unserer Sitzung. Das geht mit TMAX Attach. Wenn wir das drücken, sind wir jetzt wieder im Top und wie gesagt, das lief die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Das heißt, hier die Ausführung von Top wurde nie unterbrochen. Bei Top jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn wir uns vorstellen, dass hier irgendein Kompiliervorgang oder so laufen würde, da ist das schon mal sehr praktisch, wenn der im Hintergrund weiterrechnet, auch wenn wir nicht verbunden sind. So, Attach Detach. Das funktioniert ja relativ gut, allerdings wollen wir eventuell ja ein bisschen mehr machen als eine Sitzung. Das ist kein Problem. Wenn wir uns hier noch mal detachen und auf unsere Standardkonsole zurückgehen, dann können wir hier ein paar Sachen nämlich machen. Es gibt nämlich einmal TMAX LS. Das zeigt uns alle aktuellen Sitzungen. Wir sehen, wir haben jetzt hier eine Sitzung. Das ist die Nummer 0 und Zeit, wann das Ganze erstellt wurde. Und bei TMAX Attach oder wenn wir es kurz schreiben wollen, A oder ATT würde auch funktionieren. Da können wir noch ein Target angeben, zum Beispiel Target 0. Dann verbindet er uns zu dieser Sitzung hier. Das ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn man mehrere TMAX Sitzungen hat. Wenn wir jetzt hier noch mal machen, LS, sehen wir, haben wir 2 und wir können jetzt hier mit dem T auswählen. Wollen wir zu der hier verbinden oder wollen wir zu der hier verbinden? Was man auch machen kann, wenn man hier in dieser TMAX Session selber drin ist, ist STRG-BS. Dann bekommt man hier oben eine Liste mit allen Sitzungen, die aktuell laufen. Unten sogar mit einer kleinen Vorschau. Man kann dann mit den Pfeiltasten auswählen, wohin man denn wünschte und so jederzeit auf eine andere wechseln. Ebenso kann man, wenn man in der Sitzung drin ist, STRG-B auf oder STRG-B zu benutzen. Damit geht man zur vorherigen oder zur nächsten Sitzung. Wenn man das noch ein bisschen übersichtlicher haben will, gibt es da auch noch einen Trick. Und zwar können wir, wenn wir TMAX starten, nicht einfach nur TMAX eingeben, sondern wir können zum Beispiel sagen TMAX New, minus S und dann Test. Okay, was hat sich jetzt geändert? Wir haben immer noch unsere TMAX Sitzung. Aber hier unten in der Ecke steht jetzt ein Test. Und dieses Test, das zieht sich auch durch. Das heißt also, wenn wir hier noch mal in unsere Sitzungsliste gehen, steht hier jetzt auch Test dabei. Und das können wir auch überall benutzen. Zum Beispiel hier rausgehen in TMAX LS, steht jetzt auch Test dabei. Und wenn wir TMAX Attach machen, können wir auch beim Target Test sagen und kommen dann in diese Testsitzung rein. Ist wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher, als sich Nummern zu merken. Klappt im Übrigen auch, wenn wir schon bestehende Sitzungen haben. Hier habe ich jetzt ja zum Beispiel die immer noch 1 heißt. Steuerung B und dann das Dollar Zeichen. Da steht da unten ein Rename Session. Wir können die 1 wegmachen und dann hier Welt sagen zum Beispiel. Dann heißt die Sitzung jetzt Welt. Und so können wir hier unsere ganzen Sachen wunderschön sortieren und ein bisschen besser im Überblick behalten. Was man hier noch ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, wenn wir hier so eine Sitzung haben von TMAX, die macht auch Dinge mehr oder weniger kaputt, könnte man sagen. Wenn wir hier zum Beispiel mal irgendwas Langes machen, machen wir mal ein Proc-CPU-Info, das müsste lang genug sein, dann können wir nicht mehr, wie es sonst üblich ist, über die Scrollbar von unserem Terminal-Emulator, den wir nutzen, nach oben scrollen. Das geht allerdings innerhalb von TMAX, nämlich mit STRG-B und dann dieser eckigen Klammer auf. Jetzt sehen wir hier oben 0 von 387. Das ist die Zeile. Und so können wir jetzt hier nach oben scrollen, entsprechend mit Bild hoch, Bild runter oder den Pfeiltasten und uns die vorherigen Ausgaben angucken. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man, wie ich eben beschrieben habe, auf entfernten Systemen arbeitet, sich mal wieder trennt, neu verbindet. Denn hier dieser Puffer, den wir hier haben, der geht zu keinem Zeitpunkt verloren. Das heißt also, auch wenn ich mich trenne und neu verbinde, kann ich trotzdem noch nach oben scrollen und gucken, ja, was war denn da jetzt die Fehlermeldung, die plötzlich irgendwie zwischendrin war, was halt mit einem normalen Terminal-Emulator dann eher nicht ginge. Gut, hier können wir wieder mit STRG-C zum Beispiel raus und können uns dann weiter hier durchgucken. Was können wir jetzt noch machen? Ist das das Einzige? Nö, wir haben noch jede Menge Ebenen. Das, was wir gerade hatten die ganze Zeit, waren ja sogenannte Sessions. Es gibt noch was anderes, nämlich die sogenannten Windows. Dazu nutzt man STRG-B und C, um ein neues Window zu erstellen. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Naja, wir unten gucken, wir haben jetzt hier die Session-Welt mit dem Fenster 0, da läuft eine Bash und im Fenster 1, da läuft auch eine Bash. Wenn wir jetzt hier Top starten, dann sehen wir auch das Aktualisierte, die haben immer noch unsere Bash und unser Top. Okay, das ist im Prinzip also sowas ähnliches wie Tabs im Terminal-Emulator. Auch die kann man wieder komplett durchmachen, zum Beispiel STRG-B und W macht eine Liste mit den aktuellen Fenstern, die wir hier haben. Das Bash und das T-Max kann man hier wieder auswählen, wie man möchte. Es gibt Modifier, also STRG-B N für Next und STRG-B P für Previous. Auch damit können wir springen. Wir sehen hier unten ja auch immer der Stern da, wo wir gerade sind. Und auch hier können wir die Dinger benennen, zum Beispiel mit STRG-B und Komma. Damit können wir jetzt hier den Window-Title von Top ändern in Monitoring, wenn wir da selber unsere Namen vergeben wollen. Wenn wir dann fertig sind, dann können wir entweder hingehen und einfach über Exit das Fenster beenden oder über STRG-B und und das Fenster killen. Hier fragt er jetzt nochmal, sind wir uns ganz sicher? Yes, dann wird das Fenster gekillt und alles, was da in Prozessen drin ist, auch wenn es hängt, verschwindet dann. Ich persönlich halte das wie auch mit meinem Betriebssystem. Ich nutze Windows eigentlich sehr selten. Das hat einen relativ einfachen Grund. Für mich sind Sessions nämlich deutlich einfacher. Unter anderem auch, weil Sessions ein bisschen flexibler sind, wenn man mit mehreren Geräten oder Benutzern gearbeitet. Denn das, was wir hier haben, ist prinzipiell Multi-User-fähig. Nehmen wir uns mal gerade noch ein zweites Terminal hier. So, hier haben wir jetzt noch ein wunderschönes Fenster. Und was ich hier machen kann, ist auch T-Max LS. Da sehe ich die ganzen Sachen. Ich sehe hier Test und Welt und Welt ist gerade Attached. Das heißt, wir sind hier dran. Und wenn ich jetzt T-Max Attached mache für Welt, was passiert denn jetzt? Was denkt er denn? Naja, er verbindet sich. Jetzt bin ich mit beiden Fenstern hier in derselben Sitzung drin. Sie sehen jetzt auch hier in dem Großen hat er das Fenster automatisch so kleiner gemacht und mit Punkten aufgefüllt. Einfach weil der andere Nutzer der Verbunden ist ein kleinerer. Ein Bildschirm hat sozusagen. Und wenn ich jetzt hier tippe, sehe ich auf beiden Bildschirmen das Gleiche. Und so kann man dann von mehreren Geräten oder sogar mit mehreren Benutzern in einer Sitzung arbeiten. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwelche Fehlersuchen betreibt und da vielleicht einen Kollegen dabei holen möchte, sodass man ein paar Augen mehr hat. Denn wir wissen ja, je mehr Augen, desto besser versteckt sich das Semikolon. Und sobald der andere User sich dann detacht, geht entsprechend auch das Bild wieder groß auf unsere Hauptsitzung und wir können dann weiterarbeiten. So, jetzt haben wir schon mal unsere zwei Ebenen, nämlich die Sessions und die Windows. Es gibt aber noch eine dritte Ebene, nämlich die sogenannten Paints. Und das ist etwas, über das die meisten Leute wahrscheinlich T-Max kennen oder auch finden. Mit Paints kann man nämlich seinen Bildschirm in mehrere Bereiche aufteilen in diesem Terminal. Aktuell haben wir hier ein großes Bild. Das heißt also, hier können wir einen Top starten und dann haben wir einen Top. Und was wir jetzt machen können, ist STRG-B, Anführungszeichen, die Doppelten. Dann wird das Ganze getrennt. Dann haben wir plötzlich einen Oben und Unten. Das heißt, wir können oben zum Beispiel unser Top laufen lassen und unten irgendwas laufen lassen, was dann hier viel Last erzeugt. Und brauchen wir noch mehr, naja, wir können jederzeit nochmal hier das Ganze horizontal splitten. Standardmäßig ist das immer auf 50 Prozent. Und ja, so uns dann immer mehr von diesen Paints auf dem Bildschirm zaubern. Geht im Übrigen nicht nur in diese Richtung mit STRG-B und dem Prozentzeichen, können wir die auch in die andere Richtung teilen. Das heißt also, wir können sowohl vertikal als auch horizontal uns hier unsere Bilder erstellen. Jetzt haben wir gerade schon gesehen, dass man da auch navigieren kann. Und zwar mit STRG-B und den Pfeiltasten. Damit geht man dann zum Beispiel STRG-B-Pfeil runter, macht in die Pain da drunter. Und genauso STRG-B links zum Beispiel geht nach links, so wie man es auch erwarten würde. Alternativ, STRG-BO geht immer zum Nächsten. So kann man dann auch durchhoppen, wenn man das möchte. Eine weitere ganz coole Sache, das ist Modifier Z für Zoom. Gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt hier unsere Sachen. Wir werden jetzt hier, was weiß ich, hier rechts waren wir unseren Programmcode am Schreiben. Hier unten haben wir unser Log drin. Und ganz hier unten sind wir auch noch Dinge am Machen. Und jetzt sagen wir, jetzt sehen wir plötzlich, dass hier irgendwas nicht stimmt und irgendwas benötigt unsere CPU. Was denn jetzt? Naja, theoretisch haben wir oben unser Top, aber zum Beispiel jetzt in hier dem Fall, dadurch, dass ich den Text so groß gemacht habe, ist das nur sehr schwer zu sehen. Gibt aber wie gesagt einen Trick, nämlich STRG-BZ. Damit zoomen wir diese eine Pane auf Vollbild. Die können wir jetzt uns hier angucken. Und wenn wir fertig sind, wieder STRG-BZ, wird es wieder klein und wir sind wieder auf demselben Punkt wie vorher. Eine weitere Sache, die helfen kann, wir haben ja hier unser Layout aufgebaut. Es gibt keine einfache Möglichkeit, das Layout komplett zu verändern. Man kann aber ein paar Teile ändern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sehen, okay, hier oben, dieses Fenster brauche ich eigentlich nicht so wirklich viel. Dann können wir hier oben in die Ecke gehen mit unserer Navigation. Und jetzt können wir STRG-B drücken, aber dann STRG-Gedrückt halten und die Falltasten benutzen. Und damit können wir hier diese Trennlinien verschieben und so unsere Fenster entsprechend größer, kleiner machen. Je nachdem, was wir da gerade brauchen und haben wollen. Das kann auf jeden Fall auch ganz praktisch sein. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, eine Pane zu killen, wenn irgendwie ein Programm hängt. Das ist dann STRG-B und X. Damit killen wir jetzt die Pane statt dem Window oder der Session. Einmal auf Yes. Und dann wird das beendet mit allen Programmen, die da drin sind. Es gibt auch jede Menge weitere Möglichkeiten, die alle in der Hilfe ganz toll beschrieben sind. Also wenn ihr da Sachen wissen wollt, gerne mal reingucken. Was es zum Beispiel gibt, ist eine Möglichkeit, auch von anderen Fenstern oder gar Sessions, Sachen, die da schon laufen, in die bestehende Sitzung rüber zu holen. Oder wenn wir hier drin was haben, das in eine andere Sitzung reinzuschieben. Quasi dasselbe, was ihr auch so mit virtuellen Desktops in der GUI machen könnt. Und da gibt es jede Menge Befehle für. Auch deutlich mehr, als es an Hotkeys auf der Tastatur gibt, für die einfachen Sachen. Eins will ich noch zeigen, was ganz cool ist. Das ist nämlich Synchronization. Das kann manchmal helfen. Gehen wir mal davon aus, wir wären hier im Ordner TMP und hätten hier nebendran noch den Ordner War offen. Und wir wollen jetzt auf beiden Sachen etwas machen. Es geht auch. Und zwar gehen wir dafür hin, drücken STRG B, dann den Doppelpunkt. Und wir sehen jetzt hier unten ist so eine gelbe Eingabeleiste. Und hier können wir Befehle eintippen. Zum Beispiel den hier. ZW Synchronize Pants On. Äh, Moment. ZW, nicht X. So, das sieht besser aus. Wir sehen jetzt, hier ist rot. Und was jetzt passiert, naja, wenn wir jetzt tippen, äh, äh, ja, das hier sorgt dafür, dass Eingaben, die wir tätigen, auf allen Pants gleichzeitig eingetippt werden. Das kann zum Beispiel mächtig sein, wenn man gerade mehrere Server gleich einrichten möchte oder gleiche Aktionen auf mehreren Systemen wie Updates zum Beispiel machen möchte. Sicher, das will man heutzutage eher irgendwie über ein Configuration Management oder sowas wie Ansible abwickeln. Aber manchmal kann hier sowas halt auch hilfreich sein. Und es ist halt etwas, wo man nicht erst noch Skripte schreiben muss oder so, sondern einfach nur den Befehl eintippen. Man kann natürlich jederzeit STRG B, Doppelpunkt und dann denselben Befehl mit aufmachen, wenn man es nicht mehr haben möchte. Oder man kann es über die Config-Datei selbstverständlich da jederzeit auch auf einen Hotkey legen, wenn man das haben möchte. Speaking of Sachen, die man noch machen kann, was auch immer eine gute Sache ist, das ist STRG B Fragezeichen. Überraschung, hier kriegen wir nämlich eine Liste aller Sachen, die entsprechend da als Hotkey verfügbar sind. Hier sehen wir zum Beispiel unser Prozent für Split Horizontally oder auch unser Split Rotically, was wir eben gesehen haben. Und jede Menge Sachen, die da noch möglich sind. Config hatte ich ja schon angesprochen. Was man nämlich machen kann, ist in seinem Home-Verzeichnis die Datei .tmax.conf anlegen. Und in der könnte man jede Menge Sachen einstellen. Man könnte zum Beispiel das Prefix verändern, könnte die ganzen Tastenzuordnungen ändern. Dann, was ich zum Beispiel häufig bei vielen Leuten sehe, ist sowas hier. H, J, K und L auf Select Pane, Left, Down, Up and Right. Wofür ist das? Na, wer hat es schon erkannt? Das wäre, wenn man lieber statt den Pfeiltasten die Wim-Keybindings benutzen möchte, um hoch, runter, links, rechts zu gehen. Solche Sachen halt. Wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt im Internet sehr viele Tmax-Configs, die man sich kopieren oder als Vorlage benutzen kann. Wie gesagt, man kann auch hier unten diese komplette Leiste da customisen, wenn man zum Beispiel die Uhr in einem sinnvollen Format haben möchte. ISO sagt nämlich aus gutem Grund, ja, Monat Tag. Dann kann man natürlich auch sowas da einstellen. Auch an anderer Stelle außerhalb der Config-Datei gibt es jede Menge Sachen. Da kann man nämlich relativ schnell sehen, dass es da sehr viele Befehle gibt. Man kann nämlich auch fast alles, was man hier mit der Tastatur macht oder entsprechend über andere Sachen macht, auch über die Kommandozeile direkt machen. Wir haben ja zum Beispiel das Tmax News Session gesehen, statt das hier in der Tmax-Sitzung über Konsolen Befehle zu machen. Und so kann man dann auch zum Beispiel sich Skripte bauen, die automatisch eine Tmax-Session aufmachen, die entsprechend teilen, Programme in manchen Sachen starten. Und dann sich Templates bauen. Man kann sogar sagen, hier schickt mal bitte an dieses eine Pane in der Session mit dem Window irgendwie folgende Tasten gerade. Also das Ding ist auf jeden Fall sehr mächtig. Ich denke aber hier so sind schon mal die groben Sachen abgedeckt. Wir können dafür sorgen, dass Programme im Hintergrund weiterlaufen. Wir können uns jederzeit davon trennen, nenne ich es mal. Also dieses Detaching, wieder neu attachen, wenn wir später wieder da sind. Wir können hochscrollen, Fehlermeldungen nachgucken und haben die Möglichkeit, hier unsere Trennungen reinzumachen, um mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen oder mehrere Sachen im Blick zu halten. Ich habe ja eben schon gesagt, zum Beispiel Logdateien auf der einen Seite und auf der anderen gerade das Programm bearbeiten. Gucken, was dann passiert. Es gibt natürlich jede Menge andere Sachen, die da noch drin sind, aber das sprengt dann hier den Rahmen. Wenn ihr ein bisschen längere Sachen haben wollt, auf media.ccc.de, da gibt es jede Menge wunderschöne Vorträge, die eventuell nicht so konzentriert sind wie das hier. Die Manpage natürlich auch eine gute Anlaufstelle und ansonsten die üblichen Stellen im Internet, wo man so Hilfe für Linux-Programme findet. Gut, ich würde sagen, den groben Kram haben wir und damit können wir, denke ich, abhaken, dass TMAX das tut, was es soll. Gut, ich würde sagen, dass TMAX das tut, was es soll.